Vor langer Zeit sind mal ein paar schlimme Sachen passiert bei einer Brücke im Gebirge. Ich selber bin nicht dabei gewesen, aber ein Freund von meinem Grossvater ist dabei gewesen und hat es meinem Grossvater erzählt, was es mir erzählt hat. Und ich wiederum will es heute dir erzählen. Hör aufmerksam zu, es lohnt sich. Also, es war so. Oh, die Brücke ist kaputt, wenn mich jemand mit meiner Beutung sieht. Ja, was ist denn da los? Die Brücke ist kaputt. Ja, wieso kommst du dann nicht einfach drüber? Spinnst du? Ja, also du schaffst das zwar eh nicht, aber ich kann alles. Ich schaffe das schon. Was ist denn los? Die Brücke ist kaputt. Wir haben alle eine Lust, sei das Brücke kaputt bist. Und jetzt zählen wir es mit eigener Augen. Ich bitte auch. Was ist denn da los? Ja, die Brücke ist kaputt. Das ist aber gar nicht gut ins Unbedingte. Das geht leider nicht. Die Brücke ist erst morgen fertig. Nito und öppenein? Ja. Wie kommt der dorthin? Ich weiß, er wollte es über die Brücke unten. Gib mir alles Gold und Gold. Es kam nicht so. Sie kamen. drought ist ja nicht so, dass wir ihn in Paris machen können. Doch! Ganz ruhig, ich muss sicher meine Waffe nehmen. Ja, das geht schneller! Ganz ruhig, ich komme mal und schaue mir die Sachen an. Gehen Sie! Gehen Sie! Ganz ruhig! Verhalten Sie! Den nehmen wir jetzt fest! Das ist alles hier! Und da, der Sock! Stop! 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 Woa! Woa! Schon zwei in der Handtaschle. Und hier unten liegt es, und da nützt es nicht viel. Die Brücke ist zwar wieder repariert, aber den Ball habe ich eh verpasst. Ich gehe wieder nach Hause. So ist es passiert. Siehst du, was alles passieren kann mit einer solchen Brücke? Nur weil sie kaputt gegangen ist, sind zwei Leute gestorben. Am Schluss war sie sogar wieder repariert, aber gebraucht hat sie trotzdem niemand. Da kann man sich doch schon fragen, ob das Ganze wirklich nötig gewesen wäre.